hallo hier mit diesem video wollte ich mich kurz vorstellen wir sind also hier ich bin jetzt zehn jahre hier in thailand oder länger das hier ist auch lang wir wohnen hier in einem resort machen sozusagen urlaub und das seht ihr gleich auch dann im video in den nächsten videos die werden dann etwas professioneller da zeige ich dann was wir hier alles so machen auch unsere hotels wo wir überall übernachten und so weiter das wird jetzt in kürze alles passieren und ich hoffe ihr abonniert mal den kanal denn wir geben insider wissen weiter und ich denke mal es ist ziemlich interessant wenn ihr das so alles seht das hotel also das hotel resort ist ein fünf sterne resort dort sind wir ein paar tage abgestiegen sehr schön gelegen schöner swimming pool man kann gut relaxen wirklich total toll aber es macht auch spaß hier mit den booten rumzufahren das ist also auch wirklich gut obwohl man dann ja auch noch mal eintritt bezahlen muss auf den auf der insel ja weil es ja nationalpark ist aber das muss man sich einfach können ja die fahrt wir haben dieses long time boot gemietet für zwei personen den ganzen tag war auch nicht so teuer alles erschwinglich im grunde man will auch nicht meckern wie man hier sieht die flasche da unten die kommt immer wieder ans ans licht sozusagen da ist also wasser im boot da habt ihr gerade gesehen die flasche kommt aber sind auch schwimmwässen an bord hier meine frau wir sind jetzt auch schon fast zehn jahre verheiratet und lassen uns hier lasst es uns gut gehen im hintergrund seht ihr jetzt das hotel resort massage hier zimmer fitnessstudio badewanne hängematte ein kleiner teig die zimmer sind geräumig und bieten teilweise auch eine gute aussicht hier das swimming pool von oben ich hoffe euch hat hat diese kleine kurze info mal gefallen und wie gesagt abonniert unseren kanal dann seht ihr jetzt demnächst mehr von uns und das ein bisschen professionell